hallo und jetzt willkommen hier auf meinem Kanal bei Glück oder Können will es ich begrüße euch hier auf Glück oder Können und wir spielen mal wieder Stample Guys und danke an die beiden neuesten Abonnenten Basti123 Basti oder Basti123 keine Ahnung jetzt genau ich bin nichts gut da drin und Corinna ich weiß nicht auf 100% ausgesprochen es tut mir auch sehr leid danke für eure Abos und eure Unterstützung für meinen kleinen Kanal und los geht's Dungelroll erreiche die Ziellinie eigentlich gar kein Problem aber auch nur eigentlich drückt mir die Daumen und los geht's ja hier bin ich ich habe eine neue Samurai Rüstung heute ganz neu gezogen ja 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 ich habe gemerkt heute hey der Season Pass ist seit zwei Tagen draußen also müsst ihr nicht acht Euro investiert komplett Season Pass freigekauft kein Problem ja das schafft ihr mit acht Euro kriegt 1.600 äh Kristalle und dann könnt ihr dann noch den restlichen Season Pass wenn ihr den gekauft habt bei 1214 könnt ihr noch mit den restlichen Dias könnt ihr den kompletten Season Pass ich glaube ich schaffe ich glaube ich schaffe ich glaube ich schaffe ich glaube ich schaffe es heute gar nicht und das klappt heute nicht weil ich nicht gerade so gut 26er pink ist eigentlich gut ja 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 auch schaffen wir es noch mit ja nein doch vielleicht und 10. das ist eigentlich auch keine schlechte Karte wenn ich zu weit komme aber wir sehen es gleich und ja sehr schön GG sagt er finde ich auch muss man nicht jumpen da kann man einfach nur lang laufen okay dann muss kurz warten und eigentlich auch aber da springen wir ja jetzt schön dieses driften beim springen und hey glaubt mir auf Handy und Tablet ist es noch schlimmer aber ist ein geiles Game für wie gesagt kostenlos man muss keinen Season Pass kaufen nein das mache ich kann auch mit dem Free Pass spielen kriegt man natürlich nicht so schöne Skins und ja man kriegt einfach nur Skins das ist nicht mal skill nein ach komm schon wie dumm muss man sein das sah so gut aus dann mache ich so einen kleinen Fehler okay das muss jetzt kommen wir müssen eigentlich noch nie die Lücke schaffen ja sehr schön ja wir kommen noch mit rein 13 vor uns er ist fünfter nein ich bin vierter andersrum er ich habe gesagt er ist fünfter ich wusste es ganz genau laser laser ja tracer ich liebe ich denke gleich an Guardians of the Galaxy 2 Laser Face Laser Tracer Laser Tracer eigentlich auch eine ganz coole Karte eigentlich auch ganz easy zu machen aber man muss aufpassen nein nein das nicht uh ich bin so blöd hier gleich kommen die Laser aus mehreren Richtungen ganz ganz schön konzentrieren so ein bisschen die Ecke ja jetzt gehen wir nach hier dann gehen wir gleich nach hier äh wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen ist klar eigentlich ist das total easy äh sie müssen ausscheiden ach das letzte Runde ne okay 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 ganz ruhig okay noch sind wir alle sehr gut dabei oh ich war gerade ein Doppelsprung mal eigentlich ist das total easy wenn man sich so ein bisschen konzentriert braucht teilweise auch gar keinen Doppelsprung einfach nur jumpen geil alter 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 scheidet ihr beiden mal aus dich ja noch laser angst alter wer glaubt das denn alter war das verdient oder wenn ja gibt ein Abo gibt dafür ein Abo mal das war mehr als verdient lass dein Abo auf dem Kanal da like was man schreibt die Kommentare und so weiter und so fort und weiter geht's wie what bursch genau ey das war noch eine geile Runde ist so ein super start ne wenn man bedenkt ich habe glaube ich eine Woche schon keins mehr gebracht Summelgeist ey geiler Start man das muss ein Abo wert sein also hey abonniert 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 ich habe gehört aber sagt nicht weiter das ist kostenlos ihr gewinnt sogar noch dabei ihr könnt meine Videos kriegen gesehen das ey ich hasse das ey manche haben da diese Box Emotion und alles und können nicht damit boxen und das ist so unfair weil die schummeln hab ich eigentlich auch so was ich weiß gar nicht kurz pausieren ja kurz pausieren mit davon nicht zu lang pausieren pausieren ich komme nämlich nicht ins Ziel auch nein bescheiden aus sicher ja nein ja nein ja ja nein oh kacke ist gleich jungle roll schon wieder das war eben ein sehr guter Start auf der Karte also drückt mir die Daumen kann nur besser werden man so kurz um Ziel auszuscheiden so als letzter als vorletzter ey okay muss dazu sagen ich habe mal gerade schöne Kopfschmerzen aus das geil aber konzentrieren wie trotzdem bin ich jetzt weit hinten ich schwöre ich mache nichts verkehrt aber ich bin so weit hinten wer war ausgebremst ey was ist denn hier los man yo du Sacko ey diese diese Emote sind okay wir scheiden schon wieder aus es war nicht mein Fehler ich wurde geboxt beziehungsweise getreten und ich weiß nicht warum man solche Emote hier einbaut andere können es nutzen um gut zu sein aber dabei sind sie einfach schlecht weiß wir schon wieder aus bin go round also es dreht sich round heißt doch eine Runde ne drehende gehende Runde aber man fällt ja die ohne scheiße es wird doch gecheatet oder so was soll der scheiß nach so einer geilen traumhaften Runde baue ich nur noch scheiße ich scheibe doch schon wieder aus aber ich habe nichts gemacht ich bin einfach nur hingefallen das sagen sie alle nein das sagen sie nicht alle das sagt nur ich das sagt nur ich okay 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 scheiße ey das kann nicht sein ich so kurz vorm Ziel bin und dann schon wieder ausscheiden ey komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon äh originales standard skill ist in base race AC am beiden ja ihr wisst euch meine gut auch eine geile karte um scheiß mit der mit der antikravitation ich meine mit der geringen schwerkraft ja ich bin hoch konzentriert ja so geht das komm ich mit für mich mit in runde 2 darf ich mit in runde 2 durch zu den ersten acht nee das ist mir zu riskant gerade nein war das eine gute oder schlechte idee hier außenrum ich glaube eine ganz schlechte ich habe keinen bock schon wieder auszuschalten ach komm schon boah wieso wirst du kurz vorher abgebremst wie unrealistisch ist das denn jetzt wieder so oder nicht ach du steh auf nein lasse ich reg mich nicht auf habe ich eben versprochen ach komm schon es gibt einen fehl bis gleich ich komme noch weiter heilvoll oder tiefer fallen ich habe keine ahnung ich kann kein englisch man ist so scheiße ich will noch reinkommen können im falle so typisch treten vor sich das ist nicht halt voll wie kommen ihr lügt doch das eigentlich so die typischen treten vollsteuerung so kurz am ende nicht springen zu können vielleicht aber auch wegen die an wegen wegen der antikravitation gegen die antikravitation ah genau das kann auch noch das ist sogar sogar sagen ja das können es auch noch selber ich wurde links rum ob ich kommt schon kommt schon weiter jahre zu verzeugt das waren wir denn jetzt die original von holger ist das ist eine scheiß gerade ja genauso ja bei wirken da wird mir mal schlecht nein mal bereits dabei gesprungen hast du bei gott was das nicht aufgepasst niemals die ströme kreuzen sehr schön war also niemals die sprung ich glaube bescheiden gleich wieder aus jetzt macht gar keinen spaß gerade ich baue das red die erste runde war so phänomenal gewonnen abgeräumt und alles was danach kommt ist nur scheiß danke nein wieso okay das nicht aufregend funktioniert leider nicht aber ansonsten alles cool alter wirklich verarscht du mich da wann bleib ich bei diesen blöden kisten hängen warum jetzt wurde scheiß dschungel roll hatten wir schon dreimal ja ich weiß okay jetzt ist aber so langsam punkt wie mich angepasst fühle weil eigentlich kann ich die karte alle aber irgendwie seitdem wirklich nun phänomenalen ersten runden start geht alles nur noch bergab aber wir scheinen ja auch gleich wieder aus ey das ist ja langweilig nur eine runde was ist los aber nein wir haben ja immer alle die gleichen voraussetzungen glaube ich ne wieso komme ich nicht vorwärts wieso bin ich hinten wieso können die anderen durch diese jump sprünge die ich sogar noch ins verderben reißen können so viel aufholen so viel besser sein ist denn los ja ich bin so ganz leicht angepisst nur ganz leicht es ist nicht so dass ich das nicht kann aber ich jo ab in die schokolade rein ach komm schon okay wir schaffen wir schaffen wir kommen weiter jo was das denn alle hey könig was guckst du oh go round wie das hatten wir heute auch schon mal das kann doch nicht sein was soll ist heute los okay weiter geht's wie gesagt ich reg mich nicht auf aber es klappt nicht immer okay ich war hoch konzentriert habe ich vorhin scheiße wir sind auf der karte rausgeflogen kann das sein wollen ja wie kommt der gedanke zurück ich laufe doch ich mache doch alles was man muss warum bin ich so scheiße warum bin ich so scheiße man kann doch nur so gewisse geschwindigkeit aufbauen ja klar schon wieder rausgefallen jetzt mal ohne scheiß ich habe eine extrem geile round und dann nur noch versagen okay ich hoffe das video hat euch trotzdem gefallen wenn ja lasst ein abo nach oben da ich meine nach oben da ein abo lasst ein abo da aber bitte nicht red danke und ich wünsche euch hiermit einfach mal einen schönen tagen guten morgen und einen noch besseren abend samstag wieder mit facecam